Wir machen folgendes. Wir warten, bis deine Eltern aus dem Haus sind und dann werden wir alle Wände mit Scheiße beschmieren. Sieh dir ein paar von diesen Scheiße-Proben an. Tja, Scheiße-Proben? Es gibt viele Arten Scheiße. Ich will die Ideale finden, damit die Rache an deinen Eltern maßgeschneidert ist. Also ich mag ja am liebsten Babygrün, aber auch ein klassischer Braunton würde gut zu deinem Haus passen.